Hallöchen, hier ist wieder euer Doc und ich begrüße dich zurück, sondern in Folge Minecraft und wir gucken mal wieder was wir heute im Kalender erhalten haben, also einmal ab in den Shop. Heute, wenn wir das Türchen aufmachen, erhalten wir ein komplettes Skin-Paket, das hatten wir bis jetzt noch nicht erhalten, zwar hatten wir immer nur vier oder mal zwei Skins gekriegt, aber noch nicht so ein richtig komplettes, das haben wir heute erhalten, darum lohnt es sich heute sich einfach mal runter zu nucheln, denn wer den Tag heute verpasst, der kriegt es nicht, also von daher unbedingt einloggen und sich das Ganze holen, denn einige sind schon gut dabei, wie man sich nicht hingehen lassen sollte, gut hier gibt es auch ein paar, die so etwas doppelt sind, aber ich sag mal die Masse macht es und von daher kann man sich die ruhig einfach mal runterladen, denn das ist ja nur ein Klick einmal rauf und schon hat man die. So, hier unten würde ich sagen, wir werden das Ganze mal wieder mit fünf Sternen, denn wie gesagt mal, das ist jetzt glaube ich das umfangsreichste Paket, so von Skins her, das wir erhalten haben, wo ich glaube zwar nicht mehr, dass so nochmal Skins kommen, aber die sind echt toll und sollte man sich nicht entgehen lassen. So, ansonsten heißt es einfach, wir sehen uns morgen wieder zum nächsten Türchen, also haut's rein und tschüss. So, ansonsten heißt es einfach, wir sehen uns morgen wieder zum nächsten Türchen, also haut's rein und tschüss.